Warte. Na klar, es geht ein bisschen das Auto her. Wenn was unklar ist, sie kann mich dann anrufen, die Sekretärin. Okay. Aber du sagst das, was ich gesagt habe. Ich bin zufrieden, auf Prüfungstag eine Gruppelstunde und Prüfungstermin. Okay, alles klar. Okay. Okay, alles klar. Ich bin zufrieden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind hierher weit weg. Wir sind hierher weit weg. So, ist es gut? Ja. Gute. Grüße zu kommen. So, was du? Ich gehe es darum, ich gehe jetzt ab, da? Kommando, steht exilene. Alle, alle Volkane. Nach rechts abbiegen. Ja, gut. Nicht zu ausschalten, Blinker. Blinken, aber nicht zu ausschalten. Macht automatisch. Reinschalten, nicht zu ausschalten. Sonst automatisch wird kaputt. Länges abbiegen. So, diese Blinker kannst du vergessen jetzt, okay? Mach selber. Also hier links, ja? Du müssen sogar, du musst du mir vor. Geht schon, komm. Bitte abbiegen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Langsam ist der Autobahn. Okay. Ich habe mich da. Ich habe das. Langsam. Da ist das. Da ist das. Genau. Das ist das. Gut hast du gemacht. Wir wollen nach rechts abbiegen. Heute machst du sehr gut dreistblick. Maschallah. Heute machst du gut. Schau mal in die Schulter. Okay. Und wir wollen nach rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Gas geben. Hallo? Jawohl. Ja. Wir wollen nach rechts abbiegen. Wir wollen nach rechts abbiegen. Was ist das? Wir wollen nach rechts abbiegen. Das ist nicht allzu. Wie ist das? Ich bin nicht jeden Tag. Ich bin nicht alle mit dir. Jetzt muss man einen Blinker links geben. Das ist das Blinker. Das ist ja gefährlich, was die hier machen. Milena, Taxigeld musst du 5 Euro geben, der Frau. Die Frau Roxana kriegt 5 Euro, Taxigeld, gratis geht nicht. 5 Euro ist gute Schwester. 5 Euro ist so wenig? Nein, danke. 10 Euro ist gut. Wir werden jetzt bei der Haltestelle stehen bleiben und du steigst dann aus. Ja, gut fahren. Und da ist eine Haltestelle, links, rechts, eben und dann fahren wir zur Haltestelle rein. Dann lassen wir Milena aussteigen. Milena, vorsichtig aussteigen, da kommen Autos. Vorsichtig schauen, bitte. Ja, bitte. Sehr brav. Schönen kleinen Kettel. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles gut. Was ist das noch? Wir schauen uns jetzt los. Wir werden hier nur gucken. Und wir wollen nach links einlegen. Waren bleibt da hinten? Ja. Gegenverkehr geht es auch. Nein, gegenverkehr keine gegenverkehr. Ja. Und dann. Rechts am Weg. Langsam fahren. Eine Kurve. Eine Kurve und du siehst gar nichts. Ja. 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 Ruhig, langsam, erklärt. Das ist aber gut. Viele Männer sitzen im Kaffee und trinken Kaffee. Das interessieren die Frauen nicht. Verstehst du mich? Schlechte Männer, sehr viel. Sie gehen ins Kaffeehaus, Schwester, und trinken Alkohol. Ja. Ja, und das ist ein guter Mann. Das ist nicht gut. Dein Mann ist gut, Alhamdulillah. Das ist gut, Bruder. Das ist gut, Bruder. Nicht rauchen. Ich auch, ich auch. Alhamdulillah, ich rauche nicht, ich trinke auch. Wenn sie Alkohol trinken, meine Eltern nicht, geben Verheiratung. Jawohl, sehr gut. Mashallah, so ist gut, Muslim muss sein. Ich gebe Divorce, Alkohol trinken. Sehr gut, sehr gut. Mein Bruder ist okay, er bewirkt sich. Das ist gut, er arbeitet mit dir, sehr gut. Eine Frau gekommen zu mir in die Fahrschule. Ja, meine Frau, ich habe gestritten mit meiner Frau. Sie hat gesagt, ich will keinen Führerschein. Nein. Sag ich, ja, musst du. Heute sagst du mir, Allah, Allah, das ist gut, dass du mir geholfen hast, und dass ich Führerschein habe. Jetzt sagst du mir, Dankeschön, mein Mann. Wie viele Kinder hast du, oder? Ja. Drei? Ja. Vier. Vier, okay. Wir sind jetzt in Wien, oder? Ja, alles in Wien. Gehen in die Schule alle? Ja. Da in die Museum, an der Fahrschule. Sehr gut. Gut hast du gemacht. So. Jetzt hast du auch Ende der Hunde ja? Ja. So jetzt kontrollieren, Straßenbahn. Ja. Okay. Okay. Aber ja, das ist nicht so schnell, 45, 45 ist gut, meine Schwestern, 45 ist gut. Dein Führerschein gekommen, Bruder? Noch nicht, Bruder. Das darf nicht wahr sein, sehr schlimm, wirklich schlimm. Ich sage tauschen, bisschen warten, vier, fünf, vier, vier, vier. Das ist nicht normal. Wir gehen dort, keine Probleme, aber wir müssen warten. Das ist nicht normal, das ist nicht normal. Die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne. So, wir wollen nach links abbiegen. Und jetzt ist es schon wieder unten. Genau, das war ein bisschen. Ja, das war es auch. Ja, ich bin jetzt hier. Drei mal. Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Wir kommen hier hin. Ja, das ist auch so. Ja, das war ich. Ja, das war ich. Warte. Wir wollen meine Ampel nach rechts abheben. Kleine Bogen. Ganz kleine. Wir wollen unsere Abenteuerräte. Wir wollen unsere Abenteuerräte. Wir haben die Abenteuerräte. Wir haben die Abenteuerräte. Das ist ein Tag. Hallo? Hallo? Ich habe falsch, ich habe dich falsch gefunden. Sorry. Ich habe einen Tag. Langsam bitte. Du bist so schnell, langsam. Langsam. Komm. Ich glaube, sie wollte bei der Ampel abbiegen, oder? Wolltest du bei der Ampel links abbiegen? Nach rechts abbiegen. Ich baue hier wieder ein. Nach links. Nach rechts abbiegen. Be hundred. Lange auch. Ich denke, ich kann das, ich bin hier. Ja, das ist nicht so, ich sehe. Ja, ich sehe. Sannarai, ich sehe. Ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe es, ich sehe es. Und das haben wir so. Auf dem Weg. Wir wollen keine Ampel nach rechts abgehen. Keine Ahnung. Wenn wir uns damit riehen. Ich hab meine Ampel nach rechts abgeholt. Ich bin einfach angere, ich wotere sie. Wir müssen sicher. Denkst du Bar. Der ist nicht die Gläufe. Rechtsumspur Geht es um? Wenn es geht, nach rechtsumspur Dann gehen wir Warum? Die Augen landen? Wie kommt Sie sind, ist sicher, nach rechtsumspur Einschränkungen Es geht in sie Ich mache nichts umspüren. Fahre. Dann rechts umsporen. Fahre. Jetzt ganz Gas geben. Nach links umsporen. Fahre. 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 Hallo. Ab Wrum家. Fahre. Das ist eine große Spur, die wir haben. Komm, 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 komm. 70 Kilometer, 60 Kilometer. Ja, 60 Kilometer ist gut. Ja, und der 2 Gramm ist immer noch. Der 3 Gramm ist nicht gleich. Erstens das, die WQ. Ja, wir sind. Dann sind wir, dass wir uns wiederholfen. Der 1 Gramm ist nicht gleich. Also, das ist ein Räum der Zwerge. Ja, wir gehen. Das ist die Räum der Zwerge. Das ist ein Räum der Zwerge. Das ist die Räume. Untertitelung des ZDF, 2020 Not on. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.